Oh, oh, schönes Lagerfeuer. Oh, da kommt der Oliver. Oliver setzt nicht zu uns. Das ist schon wieder der, du Spielverderber. Oh mein Gott, das ist Herr Volker. Okay, herzlich willkommen zurück, Leute. Neue Runde, Freitag der 13. Wieder Trouble Town intern, wisst ihr ja Bescheid. Heute ist Flocke der Killer, also gerne auch bei Flocke vorbeischauen. Schöne Grüße dalassen und mal schauen, wie sich Flocke als Killer anstellt. Ist ihre allererste Killerrunde. Hallo. Es wäre lustiger, wenn nicht angezeigt wird, wer über das Walkie-Talkie redet. Das wäre super witzig. Oder wenn überhaupt nicht angezeigt wird, wer gerade irgendwo redet. Das würde ich sehr amüsant finden. So, ich bin diesmal nicht bei... Ich habe ein Pech, ne? Schon ein anderer Handy gefunden? Äh, Walkie-Talkie? Ich habe kein Handtuch. Kann mir einer ein Handtuch leihen? Hallo? Ich konnte gerade nicht reden. Killer ist bei mir. Hallo? Hast du mal ein Handtuch? Ich war gerade schwimmen. Zeig erst. Test 1, 2, 3, Ober. Aber ich leg dir in den Geschenkeln, ja? Ich verstecke mich einfach im Schrank. Hallo Kapuze, over. Hallo, hier ist schon alles leer. Hier ist Benzin und Batterie. Wo ist das, Konrad? Äh, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe keine Karte. Äh, Camp Hillbrock. Ich habe die Fuse. Ach, der hat ja das zusammen da oben. Oh, ein Down. Boah, Kapuze bist du laut. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber der Killer ist ja draus. Ich habe die Fuse. Die Autos sind nicht weit weg, Freezy und Kundran. Wir könnten theoretisch gucken, wo das Vierer ist. Ja, weißt du schon, wo das Vierer ist? Psst, Kapuze. Hast du die, hast du die Dings gefunden, wo ich die Fuse reinmachen muss, Kapuze? Ach nein, das ist nicht wahr. Ich habe keine Ahnung, wie man grabbt. Das ist sehr ärgerlich. Das war aber okay, dass sie nicht gegrabt hat. Ich habe lieber den Nahkampf gesucht in dem Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich genau hinter mich portet, obwohl Freezy noch da war. Dafür werde ich auf jeden Fall Tommy, hier, der Jarvis nochmal. Äh, also bleibt noch dran, Leute. Hier war ein scheiß Start wieder. Ich habe einfach, die Leute haben es ein bisschen auf mich abgesehen. Ich glaube, wenn man auch bei Vlog in die Aufnahme schaut, sieht man, dass sie gezielt auf mich gegangen ist. Aber jetzt ist Freezy dran. Sie hat es aber allgemein gar nicht so schlecht gemacht. Also, ich hatte halt wieder nur Pech, dass am Anfang ich First Target gewesen bin. Aber das gehört dazu. Oh, das war ein guter Move von Freezy hier. Was machen die da hinterm Haus? Okay, das war lustig. Wie Freezy da sitzt. Ich spawn noch gar nicht neu. Ach, Mann. Noch zu früh gewesen, oder? Ich glaube, es müssen zwei Leute sterben und bestimmt auch eine gewisse Zeit ablaufen. Weil, gecallt wurde er doch schon, oder? Er wurde auf jeden Fall doch schon gecallt. Also, du bist tot? Ja, vor dir. Sie hat erst mich geholt. Habt ihr Tommy gar nicht gerufen? So viel dazu. Ja, Freezy ist Tommy geworden. Hab einfach Pech gehabt heute. Aber dann moderieren wir eine schöne Runde. Leute, ich würde mich trotzdem, auch wenn zwar nicht alles immer rosig und goldig läuft, über euren Supportfreund. Also, lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, würde uns einfach sehr helfen. Es kann nicht alle Runden gut laufen. Es kann nicht alles immer für mich ausgehen. Ich verspreche euch, in der nächsten Runde strenge ich mich an. Da werde ich richtig krasse Plays machen. Aber das gibt es nur, wenn es jetzt einen Daumen nach oben geht. Nein, Quatsch. Alles gut. So, die machen den Zweisitzer fertig. Oh, wer ist das? Versuche ich mal direkt dem Killer zuzusehen. Okay, Freezy. Ja, Flocke versteckt sich hinter dem Mast. Fernkampf-Duell gerade. Da hinten haben wir noch einen laufen sehen. Die haben sich irgendwie, glaube ich, geeinigt gerade. Was ist mit der Leiche passiert? Da hat sich auf den Boden gerobbt. Einer ist auch raus. Wer ist denn raus? Maru? Nein. Okay, da ist auf jeden Fall das Tommy-Ding gewesen. Da waren wir ja schon. Was wird das? Was wird das? Okay. Oh, die Zwillinge. Am Schießstand. Da kommt noch Tommy. Den Schießstand habe ich so noch gar nicht gesehen. Also nicht. Ich bringe die Gesellschaft, Maru. Vorsicht. Ich bin versteckt, verdammt. Schmeiß. Komm schon da. Das kann ich ganz gut. Das kann ich. Ich bin sportlich. Ich bin sportlich. Nack, nack. Nack, nack. Nack, nack. Hi, ho. Hier, Johnny. Hallo. Ist hier Johnny? So, die Glocke macht auf. Schön, dass wir gerade ein bisschen den Ingame-Funk gehört haben. Polizei wurde gerufen. Immer noch welcher am Schießstand unterwegs. Du bist momentan in Bedrängnis. Wo kommt er? Da ist der Killer. Das musst du nicht kaputt machen. So, ist er noch drin? Der ist in der Nähe. Wo bist du denn? Okay, er hat abgelassen. Moment. Das ist nicht wahr. Wer ist das? Freezy und Alex. Die Sicht hier, wenn du so hin und her wechseln. Einfach nur an so einem Zelt. Moment. Blaues Zelt. Gelbes Zelt. Rotes Zelt. Ich muss eigentlich... Schade, das Zeltlager sehe ich anscheinend nicht. Das Haus ist auf jeden Fall echt nicht gut. Da gibt es auf jeden Fall Schaden. Jetzt muss ich das andere Fenster noch kaputt machen. Ganz schnell. Das andere Fenster erst locken. Das Fenster ist noch ganz... Du kannst locker als zu dem anderen Fenster gehen, weil die Falle ja selbst noch da liegt. Nein, nein, nein. Shit, Flocke. Das Fenster. Tautor ist erst mal in die Falle gerannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was Flocke macht. Ja, natürlich. Das war ja natürlich nicht ihre Falle. Aber das kann man trotzdem gehört haben. Oh nein. Oh, ich dachte, sie hat sich nicht teleportiert. Mal und Tautor laufen da locker rum. Oh, Flocke hat es auf die beiden abgesehen. Oh, Dead Buddy. Jetzt haben wir mal Angst. Der Schuss hat gesessen diesmal. Maru scheint nicht mehr allzu weit zu kommen. Ja, ich glaube, Maru müsste sie jetzt kriegen. Wenn sie in die richtigen Ports macht, müsste sie auf jeden Fall einen kriegen. Schön an den Crackern vorbei. Okay, hat er was zum Wehren? Nein. Mal die Leiche weggetreten. Heelspray-Header gehabt und die Autoschlüssel plus Batterie. Okay, krass. Das Auto ist also so gut wie breit. Okay. Boah, Lucky Strike an der Stelle. Freezy mit dem Gewehr will nicht noch helfen gehen. Boah, davon ist man echt lange gestunnt. Hallo? 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 Hallo, was war denn das für eine Leistung? Ja, keiner von euch hat mir geholfen. Wo warst du denn? Ja, bei Kundran, aber der ist einfach abgehauen. Du warst nicht bei mir und dann stirbst du. Sehr klar. Ey, der Torte, der Fliedl, schau dir an. Maru hat alles zusammengebaut. Ja, ey, klar. Das war, dass der Torte nix macht, das habe ich mir gedacht. Komm, Flocken, porte dich richtig. War gefährlich. War gefährlich. Ich musste dich über die Map porten. Los, Flocken. Map port. Ich kritisch auch nicht, hat sie gesagt. Map port. Ja, du sprichst mit Flocken. Das dauert. Okay, whatever. Also ich weiß nicht, wohin, glaube ich, oder? Ja, kann man ja auch ahnen. Die Straße lang, ne? Damit ist es leider zu Ende. War für mich keine gute Runde. Wie gesagt, ich würde mich selber an euren Support für das Projekt allgemein freuen. Schaut bei Flocken vorbei und natürlich auch bei den anderen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Und dann gibt es richtige Action. Bis dann, macht's gut. Ciao. Komm, 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 komm Untertitelung des ZDF, 2020